Lieber Ice Bucket Challenge Freaks, hier sind wir in O2 World in Berlin. Das hier ist Bully, der berühmteste Maskottchen, was Eishockey angeht. Und er nimmt natürlich die Nominierung von Stanley an. Und Bully, wenn es um solche Sachen geht, um Charity geht, der ist hardcore. Die folgenden Leute werden nominiert. Unsere Mitbewohner in O2 World, Albert Tross von Albert Berlin, der kultige Pucki Maskottchen von Thomas Sabo Eistigers in Nürnberg und aus dem Randsportbereich ein übergewichtiges Bär aus Charlottenburg namens Herr Tinio und die nicht ganz rostfreien Ritter Keuler aus Köpenick von 1. FC Union Berlin. Es ist für einen guten Zweck. Ihr seid dabei. Jetzt gehen wir zu unserem Challenge. Okay, hier sind wir bei den Eismaschinen, bei den Zambonis. Ein kleiner Hinweis an Stanley aus Hamburg. Das, was er gleich bekommt, ist keine lächerliche Menge an Eis. In Berlin, we make it bigger and we make it better. Los Kids. Los Kids. Los Kids.